Hallo Freunde der Videobearbeitung. Ihr habt mich darum gebeten doch mal ein Tutorial darüber zu machen, wie man eine Diashow in DaVinci Resolve erzeugt. Ich habe erst gedacht, na Diashow, da haben wir doch bessere Programme, Powerpoint oder andere Präsentationen zum Beispiel von Google oder aus dem Open Source Bereich. Aber warum jetzt ausgerechnet mit DaVinci Resolve? Naja gut, euer Wunsch ist mir Befehl. Habe ich mich jetzt mal darauf eingelassen und dabei habe ich auch festgestellt, naja so ein paar Sachen, die sind auch für den Videoschnitt ganz gut. Denn das, was ich euch hier zeige heute, das könnt ihr auch mit einzelnen Videoclips machen und für eure Videogestaltung benutzen. So, die Problematik war eigentlich, ich habe hier 50 Bilder oder sowas, also ob das jetzt hier 50 Bilder sind, weiß ich nicht. Die habe ich jetzt hier einfach mal ans Anschauungsmaterial reingezogen, über Plug & Play einfach die Bilder genommen vom Explorer und dann hier in den Media Pool gezogen und schon waren sie drin. Ihr könnt die natürlich auch alle schön importieren oder sonstiges. Es ging aber um die Massenverarbeitung. Bilder selber, die sind nicht immer unbedingt in 1920 mal 1080 der Auflösung vorhanden. Ihr müsst die vorher noch anpassen und so weiter. Aber es kann ja sein, dass ihr einfach mal mit der Kamera im Urlaub hingeht und schießt dann Bilder mit genau dieser Einstellung, weil ihr das so eingestellt habt oder mit dem Handy. Und jetzt möchtet ihr diese Bilder euren Freunden mal ganz schnell in der Diashow zeigen und vielleicht wollt ihr da nicht unbedingt euch in PowerPoint oder sonstigen einarbeiten, sondern es auch einfach mal mit DaVinci Resolve machen. Denn da habt ihr noch ein tolles Color Grading. Ihr könnt also die Bilder auch noch wunderbar bearbeiten und gewisse Kontraste. Und ihr wisst, was ich meine. Color Grading ist ja das Thema von DaVinci Resolve. Das könnt ihr dann natürlich mit euren Urlaubsfotos machen. Jetzt kann man natürlich jedes Bild einzeln bearbeiten, auch zeitlich anpassen. Aber das war nicht das Problem des Abonnenten. Der wollte wirklich 50 Bilder reinziehen. Sofort in die Timeline. Und das sollte dann innerhalb eines bestimmten Zeitraums, den er festlegt, ablaufen. Und das machen wir heute mal. So, das ist jetzt hier mein Vorschaubild. Das ist meine Timeline. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht, damit ihr seht, worum es geht. Die Diashow. Ich gehe jetzt in den Editor und das werden wir mal löschen. Dann habe ich hier oben mein Media Pool und meine Effekt Library. Ich brauche den Media Pool. Hier sind alle meine Bilder und hier ist noch die alte Timeline. Die werden wir auch noch mal entfernen. Remove Selected Clip. Ok. Remove. Alle Bilder auswählen. Einfach mit der Maus hier unten hinklicken. Und dann können wir hier so einen Selektionskasten um die Bilder herumziehen. Und dann ziehen wir das hier in die Timeline. Zack. Und schon ist jeder Clip drin. Und das habe ich immer diesen zeitlichen Abstand für jedes Bild. Und das kann ich gar nicht weiter ändern. Ich kann es natürlich ändern, indem ich jetzt hier ein bisschen herumziehe. Das einzelne Trimme oder sowas. Kann jedes Bild einzeln einziehen. Ich würde es eigentlich machen, denn wenn man sich so ein Bild hier anschaut, da haben wir diese schwarzen Balken. Und deswegen würde ich hingehen und das Bild oder den Clip auswählen. Und dann hier im Inspektor, den haben wir hier oben, über den Zoom-Bereich das nochmal anpassen. Oder hier sieht man es besonders gut. Da einfach dann anpassen und schon haben wir die Ränder weg. Natürlich könnt ihr dann noch Texte hier drüber einfügen und jedes einzelne Bild auch noch mit dem Color Grading versehen. Gut, darum geht es jetzt aber nicht. STRG Z. Wir machen es nochmal rückgängig. Wir lassen wirklich hier unsere einfachen Bilder, die alle hintereinander sind, zeitlich verändern. Diese Library, diesen Media Pool, den brauche ich nicht mehr. Den habe ich jetzt klein gemacht. Hier werde ich auch mal eine größere Anzahl mir anzeigen lassen. Ich drücke auch mal Shift Z. Dann macht er das automatisch. Dann hat er jetzt hier die ganzen Bilder. Um jetzt diese Geschwindigkeiten in einem Rutsch zu ändern, wähle ich wieder alle meine Clips aus oder alle meine Bilder in dem Fall. Habt ihr jetzt selektiert. Jetzt gehe ich auf irgendein Bild, klicke mit der rechten Maustaste und dann haben wir hier den Punkt New Compound Clip. Und sowas könnt ihr auch wunderbar mit euren Videoclips machen. Create. Okay. Jetzt haben wir hier einen kompletten Film. Also ein Film aus Einzelbildern. Die Zeit für so ein Bild ist doch relativ lang. Das bleibt relativ lange in der Vorschau drin, bis es dann wechselt. Und das kann man ändern. Es wäre ja auch die Möglichkeit, und deswegen habe ich auch mich entschlossen, dieses Video zu machen. Ihr macht eine Animation, z.B. mit Blender oder anderen Animationsprogrammen und werdet Einzelbilder, einzelne JPEGs oder sowas generieren, die aufeinander folgen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, alle diese Einzelbilder hier reinzusetzen, genauso wie wir es gerade gemacht haben, und daraus dann einen Film zu erstellen. Und das geht natürlich erstmal nicht, weil wir hier diese bestimmten festen Zeiten haben. Aber die können wir jetzt ändern, indem ich mit der rechten Maustaste auf den Gesamtclip gehe. Und dann haben wir hier so eine Option Change Clipspeed. Da kann man schon sehen, Speed 100%. Hier habe ich noch die Option Stretch to Fit eingestellt. Möglicherweise steht das erst hier bei euch auf Keyframe. Also Stretch to Fit ist eine ganz nette Sache, weil dann die Größe hier angepasst wird. Besonders wenn man das jetzt vergrößert. Also ich will die Geschwindigkeit jetzt verringern, damit die Bilder noch länger angezeigt werden. So, machen wir auf 48%. Hier unten seht ihr dann die Framerate. Also wirklich nur 11 Bilder oder 11,5 Bilder pro Sekunde. Und wenn ich jetzt hier auf Change gehe, dann hat sich das hier alles ein bisschen geändert. Und ich kann das jetzt hier noch größer ziehen. Da haben wir wirklich dann die Anzeige, wie sie sein sollte. Shift Z. Und das ist dann hier alles ein bisschen länger geworden. Wenn wir es jetzt abspielen, dann dauert es einfach noch länger. Das Bild ist noch länger hier in der Vorschau. Gut, will ich euch nicht mit langweilen. Wir werden das Ganze jetzt nochmal verkürzen. Also wieder auf den Clip rechte Maustaste dann Change Clipspeed. Und jetzt gehen wir mal hier richtig hoch, was weiß ich, auf 800. Und dann sehen wir hier auch die Framerate. Das sind hier 200 Bilder in der Sekunde. Change. Und jetzt wird das Ganze hier wieder zusammengezogen. Und ich kann das nicht weiter auseinanderziehen. Das ist jetzt mein Maximo. Lassen wir das auch nochmal kurz laufen. Drück auf Play. Da gehen die dann schon ein bisschen schneller durch. Und so könnt ihr das dann wirklich auch so hinbekommen, dass eure Animation aus Einzelbildern dann läuft wie ein Film. Gut, das ist aber noch nicht alles. Wir können das Ganze auch noch rückwärts laufen lassen. Das ist bei bestimmten Clips auch sehr klasse, wenn man dann auf einmal den Clip anhält. Man kann auch Bilder einfrieren. Gut, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber stellt euch vor, ihr habt einen kleinen Clip. Und der läuft und plötzlich, das sieht man oft in Trailern oder am Anfang eines Films in der Vorschau, da läuft der Film und der stoppt und das Bild wird eine gewisse Zeit eingefroren. Und auch das könnt ihr hier über diese Funktion Change Clipspeed machen. Und da haben wir hier den Freeze Frame. Ist natürlich jetzt Quatsch. Ich habe ja sowieso nur Einzelbilder. So, aber was wir noch machen könnten, wäre jetzt Change Clipspeed. Und dann klicken wir einfach mal auf Reverse Speed. Also läuft das alles rückwärts ab. Und drücke auf Change. Jetzt hat er das umgedreht und jetzt läuft diese Präsentation von hinten nach vorne. Also er fängt mit den letzten Bildern an und dann hier vorne, da seht ihr dann wieder unser Ursprungsbild. Ich hoffe, ich konnte jetzt eure Probleme beseitigen, habe eure Frage einigermaßen korrekt beantwortet. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch. Ihr werdet hier einiges über Video, Videoschnitt erfahren, aber auch über Grafikbearbeitung, Bildbearbeitung. Und ich finde, Bildbearbeitung gehört eigentlich zu dem Thema für Bewegtbilder. Man muss ja auch die Bilder erstmal vorher selektieren, auswählen und vielleicht auch schon mal ein bisschen bearbeiten, zurechtschneiden. Da würde ich euch dann das GIMT-Tutorial empfehlen. Und wenn da sowas dann Druck gibt, haben wir noch Scribus. Wie gesagt, guckt euch mal auf diesen Kanal um. Für euch wird wahrscheinlich immer mal was dabei sein. Ich werde mir auch Mühe geben, einmal die Woche so ein Video zu erstellen. Vielleicht sogar über eine Premiere-Vorschau und dann könnt ihr gucken, interessiert mich das oder lasse ich es diesmal sein. Wie gesagt, abonniert doch meinen Kanal, Daumen hoch und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020